Herzlich Willkommen zurück! Weiter geht's mit meinem World of Draenor Let's Play. Einmal von 90 bis 100. Wie ihr gesehen habt, den Anfang habe ich mit dem Retri gemacht. Ab jetzt wird erstmal bis 100 alles mit dem Shoken durchgezogen. Wird sicherlich zwischendurch ein paar RBGs aufnehmen und hochladen. Vielleicht auch noch normale BGs, aber die sind ehrlich gesagt nicht so spannend. Arena habe ich für diese Woche voll, allerdings mache ich da morgen noch die ersten Aufnahmen in dieser Saison. Ist alles noch ziemlich low-levelig, also Spaß an der Freude. So schwer wird es alles nicht sein. Oder ist es nicht bisher. Cool ist auf jeden Fall das neue Open World PvP System. Da muss man sich zwar auch anmelden ätzenderweise, weil einfach zu viele drin sind. Aber da steht man denn locker mal mit 100 gegen 100. Das ist echt eine feine Sache. Hier ist die Hauptstadt oder Hauptdorfbereich wohl eher. Mit Auktionshausen und dem ganzen Kram. Wenn man da weiter nach Norden rausgeht steht schon da Ashran. Das ist das PvP-Gebiet. Hier vorne sind dann die Händler. Und hier geht der ganze Kram los über. Hier kann man kämpfen, paar Missionen erledigen. Missionen kriegt man noch Eroberungspunkte, also die Arenamarken. Auch ganz wichtig ist das Gebiet natürlich, wenn man sich in der Garnision, bauen wir uns vorerst ein paar spezielle Sachen, wie das Sägewerk. Um mehr Ressourcen zu kriegen, können wir das Ding schneller aufbauen. Wenn man allerdings Level 100 erreicht hat und die Stufe 3 im Bestfall erreicht hat, dann sollte man sich schnellstmöglich als PvPler das Heiligtum des Gladiators bauen. Und da kann man in Ashran halt Knochen sammeln von den Spielern, die braucht man auch nicht looten. Einfach nur ehrenhafte Siege sozusagen abfarmen. Und dann kann man die in 10er Stapeln im Heiligtum des Gladiators abgeben und kriegt dann nach 3 Stunden brauchen die immer um die Knochen zu verarbeiten. Und im Bestfall kriegt man dann halt Teile. Also ich habe da den Magier innerhalb eines Tages mit diesen Knochen und das Bonusloot beim PvP. Ein Tag, am gleichen Tag wo er 100 war, war er voll PvP-equipped. Das ging sehr schnell. So sage ich mal, wenn man hier ordentlich mitzergt und nicht so viel stirbt, sondern dass man auch ordentlich Schaden machen kann. Mit einem Range Steady natürlich am besten. Geht das ja echt schnell. Also nicht mal 2 Stunden hatte ich dann da 890 Knochen oder was das waren zusammen. Und das reicht natürlich erstmal. Man kann es halt immer bloß 10er Stapel abgeben und davon auch nur, je nachdem wie hoch es aufgebaut ist, das Heiligtum des Gladiators. Dementsprechend kann man da auch nur Stapel von ablegen. Also mein Krieger kann jetzt 19 Stapel reinlegen, das sind 190 Stück. Und daran arbeitet ihr dann halt 19 mal 3 Stunden bevor das alles umgewandelt ist. Und da ist dann Ehre drin, da ist dann Gold drin, da ist Equipment drin. Manchmal auch Eroberungspunkte. Ja, werdet ihr dann nachher sehen, wenn ich da nochmal nicht drauf eingehe. So, ich würd sagen, wir questen jetzt erstmal. Beziehungsweise versuchen erstmal mit dem Schurken die Ressourcen da vorne. Und dann gehts los. Die rot markierten Bereiche auf der Karte dienen wieder der Archäologie. Allerdings habe ich das nicht allzu hoch geskillt, diese Geduldsberufe, naja, waren nicht so meins. Ich bin da eher mit Lederverarbeitung, Schneiderei, Schmiedekunst, den ganzen Kram habe ich oben. Müsste ich definitiv auch Geld mitmachen. Gerade am Anfang einer Erweiterung. Und immer wenn neue Sachen rausgekommen sind, neue Rezepte rausgekommen sind. Das Beste, was ich da hatte, war in einer Season. Ich kann euch nicht mehr sagen, welche das war, aber da habe ich in einer Saison 250.000 Gold gemacht. Nur durch die verdammten Berufe. Und ich habe angefangen mit 5.000 Gold und war dann wieder bei 2.250.000 am Ende. Natürlich alles verbraten, alle Klassen 1 auf 90 gebracht, natürlich. Denn die meisten auch voll equipt, also PvP voll equipt, alles verzaubert. Das kostet natürlich alles ein Arsch voll Geld. In dieser Erweiterung habe ich bisher mit meinen Berufen knappe 20.000 gemacht, also noch nicht allzu viel. Habe allerdings auch die ersten 2 Wochen verpasst. Da habe ich noch nicht gespielt, bzw. war einfach nicht da. Schriftrollen, Torräte oder was das war denn? Was? Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Ich will auch nicht vor Augen, der die HaloWhat working on. Ich will auch nicht bei mir mit seinen Anruf. Es ist gut, dass ich an der Haare verpasst. Das sind die Saarene Saison 200-Hopper. Aber ich habe ihn ja schon für überrascht, zu verlegen. Also, wir haben immer noch die 1 gegen 1 kinder geblieben. Das ist übertollend. Das muss ich mal genauer angucken. Den Fuzzi will ich töten. Da ist er. Komm, gilt auch ganz gut am besten. Oh ne, das ist zu ärmerlich. Sollte ich nicht mehr kontrollieren. Ja! 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 Okay, er muss das wohl doch auf R liegen. Alles klar. Gewohnheitssache. Es wird richtig weggefallen. Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2019 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 den Vorräten und das Ding einweihen. Normalerweise hat das ein bisschen Bauzeit bevor man das einweiht, aber sobald das steht, kann man es verwenden. Ihr solltet euch bei Marat melden. Ich bleibe hier und bewundere meine Arbeit. Eis-Kalt raus-teleportiert. Oh, glaub nicht. Ich dachte, das hat ein Level, aber ein bisschen ist noch. Kommt, und sprecht jetzt, da die Kajana ist auf dem Weg ins Mondblumenthal. Sie ist sehr begierig, dieses neue Land zu erkunden. Haben wir gemacht? Los hin, sagt er. Tja, das haben wir, das haben wir. Na dann, los geht's. Für einen bestimmten, ja, die Garnision aufbauen, hat man gesehen, ich hatte jetzt nur ein Rezept gerade gefunden zum Aufbau der Kaserne. Durch die Questabschnitte kriegst du halt immer mehr und mehr, kriegst jetzt mal alle Stufe 1 Dinger. Später sammelt man solche roten Bücher, die kann man dann bei den Architekten eintauschen gegen Kram, die man halt bauen möchte. Das ist soweit erstmal dazu. Für mich ist das erste Ziel, so dieses Sägewerk aufzubauen, da kann ich Bäume markieren und Holz sammeln. Neemael. Zine und Eine Ver stacked Auf Wann ... ... ... … ... Was führt euch hier hin? So, jetzt kriegen wir uns den ersten NPC. Dann können wir auch Missionen schicken. Dann gibt sie uns wahrscheinlich auch gleich die Quest dafür. Jawoll. Was wir dafür kriegen steht hier. Hier oben ist was im Gange. Das haben wir jetzt noch nicht. Wir hätten das jetzt. Die NPCs, also die Quest-Gegner, meine Güte, haben halt verschiedene Fähigkeiten. Und die wären halt dementsprechend mit Fähigkeiten, die wir haben gekontert. In diesem Fall. Genau. Ist klar, reinpacken. Wenn die richtigen Klassen reingepackt sind, dann steigt natürlich die Chance auf 100%. Nehmt der andere als empfohlen. Sinken die Chancen. Dann kommen die halt mit Niederlage wieder. Das bringt euch dann gar nichts außer die Grunderfahrung. Aber die Belohnung erhaltet ihr nicht. So, schicken wir mal los. Zack, zack. Das ist ihnen Gange. In 30 Minuten ist die gute zurück. Durchs Abschließen von Quests und so weiter kriegt man immer neue NPCs, die man dann los schickt, auflevelt und so weiter. Ja, hier ist unsere Gesamtübersicht. Sachen, die wir gebaut haben oder in der Arbeit sind, die wir bauen, die Mats für Beruf umarbeiten. Das steht dann alles hier, wenn wir nachher genauer sehen können. Und hier listend sich halt auf, wenn Gebäude gebaut werden oder eure Leute unterwegs sind, wie lange das dann dauert. Ah, danke. So, ich hoffe, ich komme langsam anzunehmen. Das hat mich fest. Das ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich komme mit euch. In Embari erwartet uns ein freundlicher Empfang. Kommandant, ihr habt den Kommandanten gehört. Abmarsch, Abmarsch! Ah, der kleine ist hier der Vorarbeiter. Ihr werdet feststellen, dass die Allianz voller Überraschungen steht. Oh, Scheiße. Der Schausgang. Das ist der Kommandant, von dem ich sprach. Kommandant, ihr habt eine beeindruckende Garnison aufgetaucht. Das Licht sei mit euch. Ich warte nur darauf, eure Männer in Aktion zu sehen. Ja, um gleich mal zu beantworten, was das hier ist. Das sind so eine Bereiche. Da müsst ihr nicht zu NPCs irgendwelche Missionen annehmen. Wenn ihr in diese Bereiche betretet, dann startet gleich ein Bonus-Ziel, die Bonus-Quest. In diesem Bereich einfach dementsprechend irgendwas einsammeln, töten, wie auch immer, zerstören, befreien und so weiter. Und sobald die abgeschlossen ist, kriegt ihr gleich ein anständiges Sümmchen an Erfahrung und Gold. Auch da die Rezepte zum Beispiel fürs Bergbau. Beim Bergbau direkt, beim Abbau und der Erze habe ich das Rezept gefunden, um auf Level 700 hochzugehen. Die Schmiederezepte habe ich per Quest gekriegt. Also mit den Berufen, macht euch da am Anfang keine Sorgen. Es kommt mit der Zeit von ganz allein. Dann gehen wir da mal runter. Unterwegs werden wir glaube ich noch ein, zwei Missionen finden, die wir gleich noch machen im Anschluss. Oder währenddessen. Wir warten, erwartet uns ein freundlicher Empfang. Und dann sind wir gleich ein, zwei Missionen. Dann gehen wir da, wie auch immer. Oder währenddessen. Genau.